Nach einer vierjährigen Durststrecke ist im Februar 2018 die Mensa auf dem Gelände des Clemens-August-Gymnasiums wiederbelebt worden. Dank der Förderung des Landkreises war es wieder möglich, einen neuen Betreiber für die tägliche Verpflegung der Schüler am CAG und an der BBS am Museumsdorf zu gewinnen. Der neue Betreiber, die Dienstleistungsgesellschaft Chorum aus Neunkirchenförden, ist mit der Entwicklung des Standorts bisher sehr zufrieden. Bis zu 250 Essen werden hier täglich ausgegeben. So lohnt sich der Standort bereits nach zehn Monaten. Die Besucher können zwischen vier Gerichten wählen. Es gibt die Kategorien Mediterranes, Menü, Frittiertes oder Vegetarisches. Außerdem werden noch Desserts und eine Salatbar angeboten. Genutzt wird das Angebot auch von den Mitarbeitern des Medienzentrums und der gegenüberliegenden Polizei. Außerdem essen derzeit noch die Kinder der Grundschule St. Augustinus in der CAG Mensa. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020